Könntest du mir den Gefallenton nicht übersetzen? Äh, also, äh, Regeln. Äh, keine Blocks zerstören. Nimmst du Schnauch, nimmst du Schnauch? Ja. Okay. Niemals auf Friedlich spielen. Dann warte ein paar Sekunden, nachdem du die Knöpfe gedrückt hast. Äh, keine Hack-Items. Und, äh, spiel bitte die Version 1.7, was wir nicht tun. Ähm. Ähm, oder besser. Äh, Gameplay, ähm, du kannst... Wo hast denn die Wolle her? Die hast du mir gegeben. Nee. Wie soll ich die Wolle geben? Ist mir egal, ist jetzt weg. Ähm, warte, ich kann es durchlesen. This given mental world, blah, 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 to disk. Egal. Ähm. You got to run emerald. Also, du kriegst... Jedes Mal, wenn du stirbst, dann kriegst du ein emerald. Nein. Nein. Immer wenn du etwas gehst, kriegst du ein emerald. Ach so. Äh, du kannst dann halb da mit Items kaufen und halb entschlüsseln, so. Also diese Türen vielleicht. So, let's just go down. Wuhu. Nee, warte, das ist von Mario. Wo bist du? Ah, okay. Ähm. Äh, da hab ich keine Ahnung, aber so, keine Ahnung. Ähm. Ja, du kannst halt viele Dungeons spielen und blablabla. Ja, du kannst es, ah, du kannst den Teleporter benutzen, um zu deiner Base zurückzukommen und blablabla. So, go, it's, also zieh, it's. Hier, guck mal, da stehen die Klassen. Löse alles Ungelöste. Yay. Ähm. Hab immer das Beste, hab die beste Russie und die besten Waffen. Ähm, betrete und schaffe halt den Final Dungeon. Versuche nicht zu sterben und hab Spaß. Okay, wir werden niemals alle Ziele erreichen. So, about classes. Äh, Michi, 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 mit PvP oder ohne, weil das ist etwas schwerer, dann müssen wir nämlich darauf achten, ob... Nein, 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 hier, guck mal, hier kann man's umstellen. No! Äh. Du, du irris Huhn, raus auf Creative. Okay, sorry. Irris Huhn, krasse Beleidigung. Okay, so. Ach, nee, kann ich gar nicht, warte, da muss ich über den Server machen. Ach, nee, warte. Wer ist, hab ich eingegeben? Ach, ja, super. Ach, komm, wie werd ich nie? Ach, schaff's auch nicht, du. Ernsthaft, warum machst du das? Wie so? So, also, fangen wir an. Äh, Stan, und warte, 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 warte. Auf welchen Button drücken wir jetzt? Äh, was steht hier? Aber das war PvP weg. So. Okay. Okay, einfach, hier, komm mit rein. Okay, jetzt können wir unsere Klassen aussuchen. Ranger. Bersacker. Wizard. Wizard? Der Wizard ist voll scheiße, ich schwör. Warrior. Yeah. Äh, Regeneration. Warrior. Ne? Oh, ich nehm, ich nehm Archer, okay. Also, ich nehm Jäger. Yeah. Darf ich? Ja, ja, mach du. Gut, dann such du dir deine aus, ich bin weiter. Am 1. Ähm. Wow! Ich hab auch ein Schwert, ne? Also, Kessel gucken. To shop, uh, reselected class, Game Roots, das hat mir schon. Then I have set difficult easy, normal and hard. Dungeon easy, Menschen, Dungeon temples, temples. Tada! Achso. Du bist was? Warte mal. Archer. Ah, ich hab's. Nee, wo ist er? Loy. Schärf und Rückstoß. Healing Potion, sofortige Gesundheit. Zwei. Okay, wir brauchen ein paar Emeralds. Was? Komm, lass easy nehmen und dann in den ersten Dungeon, okay? Warte mal, ich mich mich umgucken. Jo, mach das. Wo kann man kaufen? Äh, on shop. Also, da, hier. Warte, ich geh mal rein, mal gucken. Ich komm mit. Mal gucken, was gibt's denn so. To bay, wave shopper? Schlafen, 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 schlafen. Okay. Jo, das ist immer so teile ich, ne? Ja. Ah, hier kann man zeigen. Hm. Was kommt da rein? Ah, ja. Ah, übrigens, ich kann heilen. Was ist das? Warte, sofortige Gesundheit, Werk, Arzt, die Heilung. Wir sollten bald loslegen, ich mein, wir haben immer Hunger, oder? Ich hab sieben Fisch. Sieben gebratenen Fisch und du? Zehn Äpfel. Ich geh zurück zur Base, okay? Ich guck mich mal kurz im Klassenshop um. Oh ja, warte, dann komm ich auch mit. To base, to shop. Oh, geil. Ne, 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 mein Land ist für Magier, schöne lila Farbe. Ähm. Oh, Sniper-Shot. Oh. Aber 100 Level. Ach so, hier bezahlt man mit Level. Divine Ship Weapon. Was heißt denn das? Was? Wo bist du denn? In meinem Magier-Shop. Ah ja, okay. Dro... Droin-Maske. 50 Level. Knockback. Swat. Random Item. Random Item kostet 1 Level. Ja, Mann. Moxman. Mosk, okay. Alter! Wie geil! 64 Heal Bombs. 10 Emeralds. Okay. Ich geh zurück zur Base. Kann man jetzt den ersten Dungeon machen? So ein bisschen? Inferno starb! Kann man jetzt den ersten Dungeon bitte machen? Also, ja? Ich guck mich hier gar nicht noch um. Äh... Also, ich stell' mal auf Easy, ja? Don't be a chicken. Really? Star of true. Wie das geschrieben wird. Really? Don't be a chicken. Warte. Really? Don't be a chicken. It is too bad. Danke. Komm jetzt hier in den ersten Dungeon. Hier her. Warte, 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 warte. Warum hast du nur noch die Hälfte deines Lebens? Hab ich nicht. Wo bist du? Da. Hier rein. Wow, ich bin schnell. Warum hab ich Regeneration? Ja, weil... Ich hab Regeneration als Gil und Du. Ich hab äh... Sharpness? Ne, so ne Tiger Kräler. Ich weiß nicht, glaub Schapness. und er hat mich überlegen mit den linken stehen Prozent später nicht spät und neid werden und ich habe Regeneration unbegrenzt sie sind das sei denn es ist der Schalter mit dem gesehen er wird kürzlich wir haben wir auch noch nicht es ist okay ach so sind Wellen okay bereit Prozent ihr habt die Klinik Ja. Von Überhol! Jaaaa! Ich hab Rückstoß, for the win! Jo, mit dem Bogen kann ich nicht viel ausrichten. Ich versuch sie zurück zu drängen, drängen sie zurück, drängen sie zurück! Zurück, zurück, weg, geh weg, weg! Au! Kannst du mir den Regenerationstrang rüberwerfen? Nein, noch nicht, noch nicht, bloß, noch nicht. Au, stopp, ey, aua! Wann kriegen wir die Emeralds eigentlich? Keine Ahnung. Ich hoffe, der zählt mit. Ah, guck mal da, ganz recht, recht am Rand! Du hast schon 80, ich hab zwei. Jo. Lass mir ein paar, ich brauch auch ein Emeralds. Jo. Aber ich kämpfe mal, ich bin der Weise. Ich denke mal, da liegt ne Kartoffel! Für Regeneration, ihr Schlampen! Haltet ihr mich erwischt, werdet ihr das wohl nicht so gut genießen können. Also, als, 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 stirb! Weg! Kartoffel! Ich halte das schon aus! Ich hab Rückstoß! Okay. Ich hab Rückstoß und Schärfe aus diesem Stock, deshalb keiner an! Nee, ich ess mein Apfel noch nicht. So, nächste Welle! Stirb! 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 Okay, du bist ja ja hinter dir! Aua! Fähig! ggedun! si taupfer, si taupfer, si taupfer, si taupfer! Uauwauwauwauowau! Bleib weg, bleib, 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 weg. Hätte Priester nirð CCTV müssen nun in� ich und... Magier. Ich brauche auch noch ein paar... Du hast kein Schwert mehr, oder? Nö. Mein Stock hält ewig. Glückskind, ey. Schon, jetzt habe ich nur noch meinen Bogen. Okay, du drückst auf... Nicht die nächste Welle starten, ich esse kurz verrottetes Fleisch. Jo, ebenso. Wenn man schon gegen Zombies kämpft, sollte man gefällt, ist auch hier Fleisch nütz. So, jetzt diesmal bleibe ich die ganze Zeit bei dir, ne? Weil ich habe jetzt nur noch den Bogen. Und jetzt bin ich Supporter. Ich muss tanken, oder wie? So ungefähr, du schießt sie alle zurück. Also ich bin jetzt nur noch Supporter, ja? Gut. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Okay. Zum Glück kann dir der Stab zurückstoßen. Zurückstoßen. Hat dein Bogen irgendwas auf dich? Also ist der verzaubert? Nö, jetzt normaler Stinkebogen. Los geht's. Stinkebogen? So, wir gehen jetzt hier... Nein, Achtung, hinter dir! Nein, Achtung, hinter dir! Bleib weg! Okay, schießt jeden einmal ab, dann kann ich den mit dem Stab töten. Ja, ne, und du kriegst den ganz Emeralds, oder was? Guck mal, wie viel du hast und wie wenig ich habe. Okay. Dann hör auf, dich zu beschweren. Okay. Sind die alle tot? Ja. Okay, 32 hast du, ich habe 8. Gigi. Du hast aber unendlich viele Pfeile, oder? Nee, 64. Hinter dir! Hinter dir! Motherfucking, Alter. Ah, ich bin eigentlich ganz gut im 10, merke ich. Jo, loxie mal alle nach da hinten, das ist gut. Sie folgen dir alle nur, also loxie mal ruhig nach hinten. Gut, den 1-Sommi voll in den Arsch. Headshot! Headshot! Nee, das war brutal. Wann ein Arschgericht? Gut, L. Oh, Gigi, Alter. Warte, 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 nicht die nächste Welle starten, muss fressen. Ich habe nur noch 490. Oh Gott, ich glaube, ich habe die Klasse, die am teuersten ist. Brauchst du essen? Nee, ich habe noch 10 Verrott, die Fleische. Ich habe 30. 31. Ach, zwei Chili, ich schwöre. Ich muss auch zwei Pfeile. Hier. Kann gar nicht kommen. Deswegen bin ich nicht gekommen, aus demselben Grund. Klingt falsch. Schwer, ist das Hammer oder so Hammer? Aber das hier, ich habe Qua... Was heißt das? I can't ask the Undead Zombies. Ready? Warte, achso, ja, das ist meine Regeneration. Achtung, Achtung, in der Ecke, in der Ecke. Jo, ich merke den mir immer. Ja, ratz mal, warum ich... Fahrt sie nicht! Ach, schade, knapp ein Headshot. Äh, warte. Am besten ist, wenn sie alle dir folgen. Ich lege... Bleib weg, bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Schießen, Alter. Sorry, ich dachte, du wärst in der Ecke. Deswegen hab ich die von der Ecke wegschießen wollen. Gut, 13 Emeralds. Oh, chill mal, nimm immer nicht mehr eine XP weg, meine Level. Warte, du hast noch einen Pfeil. Die kann man ja aufheben, oder? Doch. Ja, doch, kann man. Dann dich, da stand einer. Ready? Ready. So, der hier in der Ecke, merke ich schon wieder. Kommt, kommt. Aua, begreift mich an. Der andere in der Ecke. Oh, cool. Cooler Headshot. So. Haha. Fickt euch. Jo, brauchst du Hilfe? Wenn du hier hochschießen kannst, gern. Logo. Immer doch. Supporter ist Supporter. Das ist so. Eigentlich bin ich der Supporter, weil ich kann heilen, aber gut und schön. Ich schwöre, wenn ich nur noch den Bogen habe, dann bin ich Supporter. Alter, lass mir auch mal ein paar Emeralds. Ganz deinem Ernst, du klaust mir alle meine Emeralds. Ich schwöre, du hast deinen Stock für immer, ja? Ich muss mir dann immer was kaufen. Und nochmal. Wait, wait, wait. Nein, 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 ich meine Essen. Ich muss mir erstmal voll die Pfeile kaufen hier. Äh, holen. Ich schwöre mir mal lieber die Level, lass mir die Level, lass mir die Level, damit ich wenigstens etwas habe. Welches Level bist du? Sieben. Zwölf. So, stop. Aber guck, hast du eine Minimap? Nee, kann ich aber reinhauen, ja? Sieht ziemlich komisch aus, ne? Ja, das ist meine, ey. Aber, okay. Jo, ich würde sagen, die letzte Welle und dann, ja. Ready? Warte. Ähm. Ready? Ich habe nur noch elf Pfeiles. Warum habe ich einen Eisenblock? Einen Eisenbarren. Ist doch egal, hat einen Zombie gedacht. Ready? Ready. Ich gehe gerade noch um. Wow. Hack, hackt euch. Äh, eins. Dann kannst du dich um die unten, dann kannst du hier hochkommen und schießen. Schießen. Stippte endlich. In einer Zami. Ich brauche Emeralds, gib mir eure Emeralds. Ich hab keine Pfeile mehr. Läuft. Hab ich einen runtergeschmitten, der ist durchgestorben. Warte, warte, Level, lass mir, Level, lass mir, Level, 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 Level. Let meinte. So, ich gehe nochmal zur Base, ja. Warum? Ich hab keine Pfeile mehr. Dann musst du dir wohl Pfeile kaufen. Oh. Äh, 50 Emeralds und ich könnte den zweiten Dings da, äh, da nicht anloggen. Nee, 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 mach mal nicht. Also noch nicht. Okay, ich gehe jetzt erstmal zu dem Shop. Äh. Ich gehe auch mal zur Base und gucke, ob ich einen, ob ich einen Emeralds machen kann. Mhm. So, ist mein... Du kannst deine Klasse übrigens wechseln oder resetten. Really? Jop. Hm, was heißt das denn? Ah, cool, in dieser einen Recycling-Truhe, ne? Da kannst du Items reinpacken, die du dann einfach nicht mehr brauchst und die werden dann zu deinem Level gemacht. Ja, hab ich gemerkt. Was heißt denn das, Ass-Agents-Undead-Mobs? Keine Ahnung, müsste ich, glaube ich, lesen. Ey, wo sind denn hier die Waipons, bitte? Einmal. Ich kipp's gerade mal so gar keine Waipons. Also Glass Shop, so. Äh, Sniper Shot. Nee, mein Bogen ist nicht kaputt. Noch nicht. Ja, ich gehe jetzt eigentlich nur auf Bogen, ja, dann spare ich erstmal. Oh, jetzt habe ich wieder Pfeile. Okay. Jo, ich nehme mal ein Random Item. Mal sehen. Random Item, Armor, Waipons, Portion. Mal gucken. Ich hole auch mal ein Random- Warte mal. Ich habe gar nichts bekommen. Ach doch, ein Trank. Cool. Äh, Stimulat. What? Warte, ich mach nochmal. Moment, wo ist diese Recycling da? Stone Soup. What is that? Für 1000 Emeralds kann man sich das hier unlocken. Was? Weiß nicht, was das ist. Mal sehen, äh... Jo, okay, ich habe jetzt zweimal 64 Pfeile, also ich kann nur mal loslegen. Ready? Um... Unlock Ender Chest. Fireproof. Proof. Dungeon 4, Dungeon 3, Dungeon 2. Don't be a chicken. Haha. Bist du ready? Noch nicht. Ich müsste dir sowieso noch hinterher gescheitert kommen. Goldener Apfel. What the fuck? In Emeralds. Server Error. Warte, ich komme kurz wieder rein. Server ist nicht Error. Du bist einfach Error. Jo, einfach nur weil ich einen Trank genommen habe, ne? Internals Server Error. Hä, warum? Warte. Mach nochmal neu, ja? Ich glaube, äh, dass du gar keine Tränke nehmen darfst. Denkst du? Ja, dass nur ich die benutzen darf, um dich abzuwerfen. Aha. Aha. Alter. Wieder auf. So, Leute, wir sind wieder da. Und sie muss resetten. So ein Scheiß. Warte, warte, warte. So, jetzt kannst du es nochmal sein. Ne, jetzt noch nicht. So, also Leute, wir sind wieder da und ich müsste resetten, weil ich kacke will, einfach kacke, weil ich Tränke genommen habe. Nehmt niemals, als Archen, Tränke. Niemals, 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 niemals mit. Also, es ist eine Vermutung von mir, dass, dass nur, äh, Magier Tränke benutzen dürfen. Außer ich, ich darf auch noch irgendwie so Speed Tränke oder so benutzen, ist okay. Ready? Ready. Ich weiß immer, wo die angeschissen kommen, Alter. Die kommen alle runter! Schade. Was? Schreckst die alle zurück? Schreckst du alle zurück? Verzieht dich, verzieht euch! E-I-A-U-A-I Headshot. Okay. Wurde deine Level und dann ist alles gut. Sorry, die haben sich einfach da.